Volksgenossen, Sie sind hier zusammengekommen, um Gerechtigkeit einzufordern. Aber unser geliebter Führer, Adolf Hitler, wurde nicht durch eine ausländische Macht ermordet, sondern von Verrätern aus unserer Mitte. Der Redenführer, dieser Verräter, Martin Heismann, hat versucht, Sie zu dreifen. Er hat versucht, selbst die Macht zu ergreifen. Aber sein Verrat wurde aufgedeckt durch einen meiner getreuesten Männer, Obergruppenführer John Smith. Das Reich dankt Ihnen. Das Reich salutes Ihnen. Ihnen! Das Reich salutes Ihnen! Das Reich salutes Ihnen! Nikol! 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 Lassen Sie dies als Warnung dienen für jeden, der sich uns entgegenstellt, von außen oder von innen. Weil das tausendjährige Reich kann nicht getäuscht werden und kann niemals zerstört werden! Nikol! Nikol! Nikol!